Happy Birthday to you Herzlichen Glückwunsch an alle Leute von Kurs nach Hamburg und herzlich willkommen bei World of Gamble Ich spiele heute Mech Arena, heute ist Montag und ich habe noch ein bisschen Zeit für das Wettbewerb, damit ich das auch nochmal dieses Mal schaffe weil ich war ja von Freitag bis Sonntag nicht da gewesen so deswegen gab es am Wochenende auch kein World of Tanks Videos aber erstmal schnell hier Wettbewerb Viel Spaß Wasp dann? Wasp dann? Wettbewerb Dann 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 Was ist das? Das war's. Oh, gut, ein Schuss. Stecken. Stecken. Ich wollte nur, dass ich... Ich bin ein anderes Spiel. Ich bin ein anderes Spiel. Oh, ich bin nicht mehr der Erste. Oh, ich bin nicht mehr. So, eigentlich. Na ja, mit 10 kills, alles gut. Zweiter. Auch gut. Jut. Kann ich mal sagen, wir gehen in der nächsten Runde rein. Viel Spaß. Ne, wir schauen uns erstmal die Bewertung an. Wie viele Punkte gibt es? 460. Ja, ein bisschen mehr. Aber vielleicht auch ein Kill mehr. Ja, warte jetzt. Okay, die zweite Runde geht los. Ich habe gerade noch mal... mal den hier kurz umgebaut. Ich habe ihm... die Displanscher acht gegeben. Weil da ist hier so eine Quest. Ich habe ihn nicht mehr. Ja, ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Das war die Hache. Das ist es, das ist es. Das ist es, das ist es, das ist es. Das ist es, das ist es. Nein, habe ich gar nicht gesehen. Okay, nice. Das ist es, also erster bin ich zwar nicht, aber ich habe die Runde gewonnen. Zweiter, immer wieder. Der ewige Zweite. Zweite Goldmedaillen. Ist fertig. Ich bin die drei Kacke im Feuer. Das will ich ja auch noch schaffen. Cute. Geht es weiter? Nichts Hunde. Spaß. Die nächste Hunde geht los. Das ist das. 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 Da gibt es erst mal. Das ist das. Phew. Das biscuits. ich glaube mit die runde jetzt zweiter werden wird es ein bisschen schwierig ich habe mich für den 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 und die die ok Okay. Geht's aber. Das gibt's doch nicht. Noch ein paar Sekunden Zeit. Nicht verlieren. Der ist schwer, witzig. Geht's. Geht's. Verloren. Doch kein ewiger zweiter. Hat gerade auch gar nichts. Na ja. Gut. Dann würd ich mal sagen, das war's für heute. Ich sag mal Dankeschön für's Zuschauen. Ich freu mich aber, dass ihr bei seid. Bis heute. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.